Hallo und herzlich willkommen hier zum ersten Saisonsspiel für das FC Bayern München gegen den Hamburger SV. Wir spielen heute in der Top 11 und heute geht es los. Ich will es gar nicht machen irgendwie. Fehlgeschlagen. Schön. Oh, geht schon weiter. Gut, FC Bayern München! In der Allianz Arena gegen den Hamburger SV. Wir natürlich mit unserer Top 11. Scheiße. Rebere zusammen mit Drogen auf einer Seite gerade. So. Und da fangen die beiden gleich mal in den ersten Ball ab. So, und hier Xavier Alonso auf Philipp Lahm. Weiter auf Arjen Robben. Dieser weiter auf Xavier Alonso. Xavier Alonso auf Philipp Lahm. Ja, auf Robert Lewandowski. Weiter auf Robben. Robben. Ich wollte ihn so schön nehmen. Verdammt. Und hier die Münchner jetzt gleich wieder im Angriff, wenn sie den Iversauletsch gestoppt bekommen. Luis Holp. Und hier die Münchner. Und hier ist der Iversauletsch. Und hier ist der Iversauletsch. Tja, diabeteslation. Und hier stand reinやren. Und hier ist der Iversauletsch. Und hier ist der Iversaulet. spinat ja es gibt etwa für den hamburgers die erste ecke in diese bundesliga saison für hamburg roben vor auf robert lewandowski er über die hausen robert lewandowski springt über die grätsche robert lewandowski robert lewandowski erobert sich den ball zurück und er wird jetzt grob gefault grobes faulspiel gegen robert lewandowski da kommt der schiedsrichter und er gibt in die jelbe karte für dieses grobe faulspiel die götz eine flanke auf david alaba und nun der hamburgers wieder im vorwärtsgang olga badschuber und stelle ich dass ich den ball hervor und kommt nicht heraus es gibt abstoß für nächste mal eine kurzen abstoß variante david alaba weit auf riveri verspringt der ball so rieberi auf robert lewandowski rieberi zu david alaba weiter auf xavi alonso und xavi alonso zu rocken weiter zu lahm lahm an der außenbahn spielt den querpass in die mitte so robert lewandowski der auf mario götze mario schickt robert lewandowski der ball kommt aber nicht durch so der fc bei münchen jetzt unter stress da es immer noch 0 zu 0 steht in der 33 minuten neuer muss halten und was ist jetzt abseits oder ich hab's nicht genau wir sehen was da ist hier gewesen sein sollte oder offensiv faul so wie wird der oles will natürlich den ball wieder erreichen die wiese wird gegen manu neuer diese wirtschaft ist nicht manu neuer zu überwinden pässe kommen bei den hamburgern bessern als in münchen 80 prozent ist eigentlich auch ein guter wert aber ist halt gerade so alaba weiter zu götze götze zu martinez weiter zu philip lahm er zu robben robben zum lahm und da läuft robben robben kriegt den ball nicht mehr der herrschiedsrichter pfeift aus war der ball da muss philip lahm hin lahm lahm muss jetzt wieder zurück auf seine position robben übernimmt aber lang kommt nicht schnell genug dorthin deswegen muss martinez den ball klären dort läuft xavi alonso und er wird geklärt aber xavi alonso zurück zu philip lahm philip lahm auf arjen robben und er wird gefoult hat sich robben in dieser situation verletzt nein hat er ein glück nicht deswegen kann robben nicht weiter spielen robben muss leider noch raus die hamburgern unterbrechen nicht in dieser situation obwohl arjen robben am boden liegt arjen robben liegt immer noch am boden jetzt wurde er in die pause abgepfiffen arjen robben liegt immer noch am boden und es geht um die zweite halbzeit arjen robben muss leider ausgewechselt werden dafür kommt costa in die partie arjen robben wird jetzt eine lange zeit wahrscheinlich auswählen nach dieser situation vom hamburgerspieler da wird es für die bayern schwer arjen robben in der nächsten zeit wieder zurück zu kommen eventuell ist es aber auch nicht so eine harte verletzung und er wird bald wieder zurück kommen hamburg ist gerade echt stark vorne mit dabei aber die münchner verteidigen sehr stark offensiv so wie auch defensiv holger was über durch einen fehler den ball gewonnen hat die werrii und dafür geht lieber die den ball martinez klärt den ball trank der bestätigung von pastore pastore wechselt zu atletico interessant und jetzt die bayern wieder im ball besitzt aber verlieren im ball wieder mal versuchts mal martinez auf bernard alonso alonso und costa 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 fast jetzt david alaba auf robert lewandowski glaube ich war das nein javi martinez müller auf lasaga der wird aber abgelaufen von riveri und david alaba auf robert lewandowski und costa 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 auf holt sich den ball wieder zurück costa wird offensiv faul und robert lewandowski robert lewandowski auf robert lewandowski auf costa kommt aber nicht an den ball die münchner müssen jetzt was tun ansonsten ist es hier schnell ein 0 zu 0 im ersten spiel so robert lewandowski auf costa costa lauft aus der außenbahn costa costa und und der verteidiger oder offensivspieler vom hamburgersv klärt zu einer ecke des fc bayern zugunsten des fc bayern münchen und die ging knapp am tor vorbei deshalb abstoß für hamburg äh götze wird jetzt mal herausgenommen und dafür tiago gebracht nein gaudino geht nicht ins tor so es gibt jetzt eine auswechslung für den fc bayern münchen götze kommt herunter vom platz dafür kommt tiago mit der nummer 6 so so costa costa wollte den pass auf riverie spielen dieser kommt aber leider nicht an und mit einem sehr starken auftakt gegen den fc bayern münchen das muss besser werden die münchner wollen natürlich einen sieg einfahren aber es sieht momentan nicht danach aus als ob das hier ein sieg werden würde tiago auf robert lewandowski lewandowski auf costa 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 auf ähm tiago und alaban aus mit dem ball riverie flanke aber die kann adler ganz einfach fangen die müncher müssen jetzt was tun ansonsten geht dieses spiel hier unentschieden aus und jetzt robert lewandowski kommt gegen den verteidiger nicht durch rieh berrih und ein langer pass nach vorne lasso gar im ball das okay nach hinten Kosta hat sich den Ball nochmal geschnappt und auf Thiago. Weiter auf Chabellon. Kosta. 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 Aha, Rignarla. Zwei Minuten Nachspielzeit. Und das Spiel ist aus. Es geht 0 zu 0 aus. Hamburg und Bayern brennen sich in der Allianz Arena 0 zu 0. Das ist schade. Da hätten die Bayern mehr draußen machen müssen. Und, ja, schade. Das muss nächste Woche dann besser werden. Keine Ergebnisse. Das müssen die Bayern besser machen. Gegen den... Ja. Gegen... Offenheim. Wählen mir wieder ein paar Spieler aus. 0. Wow. Und das für Spieler. So, Vidal ist auch da. Cool. Der darf auch gleich mal ins Training. Denk um Gaudino. Den möchte ich auf einer 70 haben. Und alles simulieren. Gut. FC, B, C, A. Sehr schön, Gaudino. Und ich würde sagen, wir sehen uns mal dernachsten Folge gegen den... Ähm... Ja, noch ein Blick. Welche Platzierung haben die momentan? Gegen den 16. Aber das ist am 16... Naja, am 1. Spieltag noch nichts. Wir sehen uns. Tschüss. Tschüss. Tschüss.